Moin! Willkommen in Hamburg, dicht bei der Horner Rennbahn. Hier beginnen die Bauarbeiten für die Verlängerung der U-Bahn-Linie U4. Diese Linie fährt bisher nach Bildstedt, auf der gleichen Strecke wie die U2, die in rot eingezeichnet ist. In Zukunft wird sie hinter Horner Rennbahn nach Norden abbiegen und mit einem Zwischenhalt an der Stoltenstraße zur Endstation Horner Geest fahren. Schauen wir uns zuerst an der Haltestelle Horner Rennbahn um. Hier der Blick über die Washington-Allee bzw. Horner Rampe nach Westen. So sieht es zurzeit etwas weiter östlich aus, hinter dem Einkaufszentrum. Als nächstes seht ihr Ansichten von der Kreuzung der Straßen Sandkamp und Hermannstal. Einmal nach Westen und dann nach Osten. Nun lasst uns durch die Manshartstraße fahren. Die U-Bahn wird unter dieser Straße liegen. Der Tunnel wird in offener Bauweise errichtet. Das heißt, die Straße wird abgetragen, dann wird eine große Grube gegraben, die U-Bahn gebaut, zumindest jedenfalls der Tunnel, und anschließend wird die Straßendecke wieder hergestellt. Dadurch entsteht auch eine gute Gelegenheit, den Straßenraum neu aufzuteilen, also zum Beispiel neue Fahrradspuren anzulegen. Ihr seht, hier stehen an vielen Stellen Bauzäune. Nun wird natürlich nicht die ganze Straße auf einmal aufgerissen. Die Hochbahn hat angekündigt, dass die Baugrube abschnittsweise gegraben wird und die Straße kann dadurch auch in Abschnitten wieder freigegeben werden. weil es sich aus der Straße gibt. Die dörren muss nun, das ist die ganze Straße, und das ist die ganze Straße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir erreichen nun den Bereich, in dem die Haltestelle Stoltenstraße liegen soll. Auf der rechten, also südlichen Straßenseite ist hier bereits eine große Baustelle abgeteilt. Der Fuß- und Radverkehr muss entweder auf die linke Seite ausweichen oder die Umleitung durch den Park am Horner Moor nehmen, hier über diese Rumpelstrecke. Ein kurzer Blick auf das Horner Moor, so heißt dieser See. ... ... Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier musste ich einmal kurz an die Seite, um den LKW vorbeizulassen, der Material auf der Baustelle anliefert. Zum Abschluss geht es weiter in Richtung zur geplanten Haltestelle Horner Geest. Und damit sage ich für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020